Jetzt geht es wirklich um das Eingemachte, erste Semifinale heute im Wembley-Stadion in London, Italien trifft auf Spanien. Ein richtiger Klassiker, die Krone-Titelseite hat heute gelautet in der Früh, das Gipfeltreffen des Südens und ich so ganz, die Italiener werden gewinnen, weil die Tendenz spricht ganz klar für die Squadra Zura. Neunmal sind die beiden Mannschaften bei Großereignissen gegeneinander aufeinander getroffen, zum Beispiel 1988 bei der EEM in Deutschland hat Italien gewonnen in diesem ganz schlichten blauen Leibchen gegen die Spanien in diesem ganz schlichten roten Leibchen. 1 zu 0, glaube ich, haben sie gewonnen, einer von drei Siegen in sechs Duellen bei Europameisterschaften für Italien. Da haben die Spanier ebenfalls drei gewonnen, die Wende haben sie eingeladen, eigentlich 2008 mit dem Sieg in Österreich bei der EEM, seitdem waren die Spanier ein bisschen um eine Zeit besser, aber die Italiener haben auch dreimal bei Weltmeisterschaften gegen Spanien gewonnen und kein einziges Spiel bei WM verloren. Ich tippe ganz klar, heute steigt Italien in diesen wunderschönen blauen Trikots ins Endspiel auf.